Herzlich Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video präsentieren wir euch die Top 7 der besten Mini-Backöfen mit Kochplatten. Bevor wir jedoch loslegen, möchten wir euch darum bitten, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Vergesst auch nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit euren Fragen oder Erfahrungen zu hinterlassen. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Nun aber zu den Produkten. Lasst uns ohne weitere Verzögerung beginnen. Diese kompakte Backofen-Herdkombi mit 2500 Watt Leistung umfasst einen 30 Liter fassenden beleuchteten Garraum sowie zwei Kochfelder. Das multifunktionale freistehende Modell integriert das Kochen, Grillen und Backen in einem Gerät. Es kommt mit Zubehör wie Backblech, Grillrost und Drehspieß samt Antrieb. Besonders in Studenten- und Ferienwohnungen wird es als praktische Alternative genutzt. Die Bedienung ist einfach mittels Drehreglern und ein 2-Stunden-Tamm mit Autostopp ist vorhanden. Der Ofen bietet Funktionen wie Umluft, Ober- und Unterhitze und Drehspieß. Ideal für Gerichte wie Pommes, Pizza, Kuchen oder Grillhähnchen. Während der Backofenbetrieb ist nur die kleinere Kochplatte nutzbar, um Beilagen oder Soßen zuzubereiten. Ist der Ofen aus, kann auch die größere Platte genutzt werden. Kritik gibt es an der Leistung der Herdplatten, die nicht an herkömmliche Küchenfelder heranreichen und die Reinigung gestaltet sich einfach. Wenn ihr Platz in der Küche begrenzt ist oder sie eine kompakte Kochlösung für das Büro benötigen, könnte der Mini-Backofen von Rommelsbacher die richtige Wahl für sie sein. Dieses Gerät zeichnet sich nach Herstellerangaben durch einen Energieverbrauch aus, der etwa 50% niedriger ist als bei einem herkömmlichen Einbaubackofen. Der Ofen verfügt bei einem großzügigen Garraum mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern und zwei robusten Kochfeldern aus Gusseisen. Ein besonderes Merkmal dieses Mini-Backofens ist die Vielseitigkeit seiner Heizfunktionen, die fünf verschiedenen Einstellungen einschließlich Umluftfunktion ermöglichen. Sie können damit eine breite Palette von Gerichten zubereiten. Der Ofen bietet ausreichend Platz für Backformen mit einem Durchmesser von bis zu 28 cm oder eine Standardpizza, die auf drei verschiedenen Einschubebenen platziert werden kann. Darüber hinaus ist ein Drehspieß im Lieferumfang enthalten, der sich ideal für die Zubereitung von Grillgerichten eignet. Die Innenbeleuchtung des Ofens erleichtert die Überwachung des Kochprozesses, sodass Sie Ihre Speisen immer im Auge behalten können. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie das wärmeisolierende Gehäuse und die doppelt verglaste Backofentür tragen dazu bei, dass das Gerät nicht nur praktisch, sondern auch sicher in der Anwendung ist. Der Bistron AOV31CP ist ein äußerst vielseitiger Minibackofen mit einer beeindruckenden Leistung von 3200 Watt. Er zeichnet sich durch eine kleine und eine große Kochplatte aus, was seine Flexibilität noch weiter steigert. Dieses Gerät wurde sorgfältig isoliert, um eine geringe Oberflächenhitze sicherzustellen und verfügt über eine doppelwandige Glastür mit einem hitzebeständigen Griff. In Bezug auf die Funktionen lässt dieser Ofen keine Wünsche offen. Er bietet eine breite Palette an Einstellungen, einschließlich Ober- und Unterhitze, Heißluft, Umluft mit Rote Siree und eine beeindruckende Temperaturkontrolle von bis zu 230 Grad Celsius. Ein äußerst praktischer 60-Minuten-Timer mit Endsignal und automatischer Abschaltung ist ebenfalls inbegriffen. Der Innenraum des Ofens hat ein großzügiges Fassungsvermögen von etwa 31 Litern und ist zudem beleuchtet, was die Nutzung besonders komfortabel macht. Die Reinigung gestaltet sich ebenfalls unkompliziert. Als zusätzlichen Bonus wird der BESTRON AOV 31CP mit einem Grillrost, einer emaillierten Backschale und einem praktischen Entnahmegriff geliefert, um ihre Back- und Kocherlebnisse noch angenehmer zu gestalten. Der Jungadler AD6020 ist ein Modell eines elektronischen Taschenrechners, der für seine Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bekannt ist. Dieser Rechner bietet eine breite Palette von Funktionen, die ihn sowohl für Schüler als auch für Profis attraktiv machen. Er verfügt über Standard-Rechenoperationen sowie fortgeschrittene Funktionen wie wissenschaftliche Berechnungen, Statistiken und möglicherweise programmierbare Funktionen. Sein kompaktes Design macht ihn tragbar und bequem für den Einsatz unterwegs, während sein robustes Gehäuse für Langlebigkeit sorgt. Der Jungadler AD6020 ist wahrscheinlich auch mit einem klaren Display ausgestattet, das das Ablesen der Ergebnisse erleichtert. Insgesamt ist dieser Taschenrechner eine zuverlässige Wahl für Personen, die eine Kombination aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit suchen. Der ICQN M4251N53N ist ein moderner multifunktionaler Einbau-Backofen, der sich durch seine vielseitigen Funktionen und hochwertige Technologie auszeichnet. Mit einem großzügigen Innenraum bietet er ausreichend Platz für das Backen, Braten und Grillen verschiedenster Gerichte. Die innovative 3D-Heißlufttechnologie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Garraum, was zu optimalen Back- und Bratergebnissen führt. Zusätzliche Funktionen wie eine Selbstreinigungstechnologie, ein intuitives Touchdisplay und eine Energieeffizienzklasse A+, machen den ICQN M4251N53N zu einer hervorragenden Wahl für moderne Küchen. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Kücheneinrichtung ein und macht ihn zu einem attraktiven Mittelpunkt. Sicherheitsfeatures wie eine Kindersicherung und eine kühlbleibende Front sind weitere Pluspunkte, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit dieses Backofens unterstreichen. Der Clutronic KK73086 ist ein kompakter und vielseitig einsetzbarer Kühlschrank der Marke Clutronic. Mit seinen bescheidenen Abmessungen eignet er sich ideal für kleine Haushalte, Büros oder als Zweitgerät. Dieser zuverlässige Begleiter in der Küche zeichnet sich nicht nur durch seine kompakte Größe aus, sondern auch durch seine herausragende Energieeffizienz und seine unkomplizierte Bedienbarkeit. Im Inneren bietet der Ofen trotz seiner kompakten Größe erstaunlich viel Platz für die Lagerung von Lebensmitteln und Getränken. Die Temperatureinstellungen lassen sich spielend leicht anpassen, was eine flexible Nutzung und optimale Kühlbedingungen ermöglicht. Egal ob Sie empfindliche Lebensmittel, Getränke oder frische Zutaten aufbewahren möchten, dieser Kühlschrank bietet Ihnen die perfekte Umgebung dafür. Zusätzlich zu seinen grundlegenden Funktionen verfügt der Clutronic KK73086 über einige nützliche Extras, die Ihren Alltag in der Küche erleichtern. Die automatische Abtauffunktion spart Ihnen lästige Arbeit und sorgt dafür, dass Sie Ihren Kühlschrank immer im optimalen Zustand halten können. Verstellbare Regale ermöglichen eine individuelle Anpassung des Innenraums, sodass Sie auch größere Gegenstände problemlos unterbringen können. Der TZS First Austria FA5045-4 Mini-Backofen mit Kochplatten ist zweifelos ein äußerst vielseitiges Küchengerät, das sich sowohl in kleinen Küchen als auch als zusätzliches Gerät in größeren Haushalten hervorragend bewährt. Trotz seiner kompakten Abmessung fügt er sich problemlos in begrenzte Raumverhältnisse ein und überrascht dennoch mit seiner erstaunlichen Vielseitigkeit. Der großzügige Innenraum dieses Ofens bietet ausreichend Platz für eine breite Palette von Speisen, sei es für köstliche Backwaren oder perfekt gebratenes Hähnchen. Darüber hinaus ist dieses Gerät mit zwei Kochplatten an der Oberseite ausgestattet, was es zu einer äußerst praktischen Lösung für gleichzeitiges Kochen und Backen macht. Diese einzigartige Kombination macht den TZS zur perfekten Wahl für Studentenwohnheime, Büroküchen oder als sekundäres Küchengerät in größeren Haushalten. Mit seinen individuell einstellbaren Temperaturkontrollen, der praktischen Timer-Funktion und den leicht zu reinigen Oberflächen wird dieser Mini-Backofen zu einer äußerst bequemen und effizienten Ergänzung für jede Küche. Das waren unsere Top 7 der besten Mini-Backöfen mit Kochplatte. Wir hoffen, dass Sie es genossen haben und dass diese Übersicht Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung hilft. Wie immer finden Sie die Links zu allen besprochenen Produkten in der Videobeschreibung. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Daumen hoch und teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Ihnen auch in Zukunft die besten Tech-Produkte zu präsentieren. Bis zum nächsten Mal!